Ich werde eine Mountain zu bauen, aus einer kleinen Hölle zu bauen. jetzt von wem? Von mir. Von Tina. Der Rentierwald. Also, der geht nicht in Ruhe an, ne? Wieso, wenn hier... Aber hier steht doch Rentierwald. Na, da steht Rundgang, aber ich dachte, ich kann mir die Gehege so angucken. Ach, mal erst mal hell. Mach mal erst mal 10 Uhr 10 steht, glaube ich, da dran. Aber sieht schön aus hier. 10 Uhr 10. Wir haben das wirklich so extra... geguckt, dass das auch richtig ist. Da weint schon die Wölfe. So. Also, Rundgang. Wolfsgehege. Ah, ich verstehe, warum. Aber jetzt darf ich Ausblickwölfe, oder nicht? Ja, klar. Jetzt darf ich das, aber den Rentierwald darf ich mir nicht angucken. Da kommt ja eh noch durch. Kommt jetzt hier irgendwo jemand aus der Ecke gesprungen? Ach stimmt, das habe ich auch aus dem Workshop. Jetzt fällt es mir auch ab. Ich habe doch was aus dem Workshop. Aus was haben die das gemacht? Aus 1000 Trilliarden Sachen. Ich glaube, das sind diese kleinen Lichtschalter. Da schläft einer. Ach nee, der streckt sich. Die schlafen da hinten, oder? Da sind eigentlich einige drin. Ja, da. Und da hinten auch. Oder sind das welche? Liegen alle nur voll rum. Das ist ja auch noch früh am Morgen. Oh, Stimme. Das ist quasi wie so eine Schlucht, richtig? Hier ist es wie eine Schlucht. Das stimmt. Das hast du gut erkannt. Ja, ich wollte, eigentlich sollte ja Ragnar das Gehege machen. Da hat man gesagt, das ist Tal der Wölfe. Und dann haben wir gesagt, das ist Zähnchensbereich, die Bärenbude. Und dann sind alle abgesprungen. Und dann ist jetzt das mein Wolfsbereich. Oder mein The Forest. Hast du quasi gefüllt? Ja. Das ist eine Improbation. Jetzt geht es wieder zurück. Außerhalb der Ausblick. Ja. Also wie gesagt, ich habe keine Wege benutzt. Das ist alles... Nur so. Das heißt, Besucher könnten hier gar nicht lang. Nee, eigentlich nicht. Das wäre mit einem Weg unmöglich, das so zu machen. Das wäre schon möglich, aber es sieht dann blöd aus. Ja. Weil du halt überall die Umrandung hast. Genau. Und Wege bauen ist ähnlich so meins. Ich habe das erst mit Regen dann gemacht, als ich den eingefügt habe, dem Bereich. Aber das ist dann so blöd aus. Und hier soll ich jetzt langlaufen bei Bären. Ja. Ja, spinn doch. Du musst nur mal laut geben. Dann wissen sie, dass du da bist. Vor allem kann ich jetzt hier irgendwo rumlaufen. Kurz mal Hände waschen hier und dann guckst du nach oben. Das ist nicht so, wie es aussieht. Wie langsam er nach rechts guckt. Na, alleine hier. Der will ich treffen. Sammy, danke schön für 100 Bits. So. Chill mal. Der verfolgt mich jetzt. Der klitzert. Der ist Edward. Da läuft noch einer. Aber coole Idee, dass man quasi durchs offene Gehege läuft. Würde zwar kein Mensch freiwillig machen, aber... Ja, es ist so ein bisschen angelehnt, wie von dem Spiel The Forest. Und dann dachte ich mir, dann läuft man auch quasi durch den Wald einfach durch. Ach, und da ist das Flugzeug, mit dem man abstürzt? Genau. Das ist übrigens auch aus dem Workshop. Vor allem, das fällt mir ein, ich habe ganz schön viele Sachen aus dem Workshop. Vor allem... Nein, nein, aber das ist dann. Der Baum, ey. Der Pilot ist definitiv tot. Ach, Quatsch. Hier geht's weiter. Was ist das denn hier für eine Grotte? Gibt's hier Fledermäuse? Die Tropfsteinhütte aus der Forest. Ach, du hast dich echt daran... Nein, lol. Das wäre jetzt so witzig, wenn man da jemanden sehen würde. Ja. Aber leider nein. Nicht da rein. Das sind blaue Menschen. Das ist ja richtig witzig. Jetzt checke ich erstmal mit The Forest, dass du The Forest das Spiel quasi... Wenn du Glück hast, siehst du dann Mitarbeiter immer unten langlaufen. Laufen Mitarbeiter... Echt? Ich war ganz ehrlich, ja, ja. Wir haben erstmal uns voll erschrocken, weil wir guckten da rein, da lief da einer her. Und ich so, okay. Oh, geil. Ja, weil ich die ganzen Wege zu Tinas Gehegen unterirdisch denn gelegt habe. Also, ich hab das quasi gebaut. Genau, ich hab das quasi gebaut und dann hab ich das Mavis geschickt und sie musste das leider wieder einbauen. Und da hat es nicht so ganz funktioniert, wenn Tina sich das gedacht hat. Also muss ich die Wege mal unterirdisch dann verlegen und ja, dann kann das so zerstören. Auch mega hübsch, die Viecher. Die machen so schöne Geräusche. Voll die komischen Rufen, die am Hinten nochmal hacken. Das sind, damit die fliegen können, siehst du? Meinst du, da kommt der Düsenantrieb oder was? Der Weihnachtsmann kommt gleich, da kommt der Erfolge. Mit Entschuldigung, dürfe ich mal durch. Der stand letztes Mal auch da. Ja, ja. Sonst lag der Erfolge oder nicht? Genau an der gleichen Stelle. Ja, ne, der stand wirklich letztes Mal genau an der gleichen Stelle. Er geht halt auch nicht weg, wa? Ich glaube, er packt da fest. Ne, ne, der läuft da schon weg, aber... Einfach tromper. Und Jumpscare jetzt, geil. Stummelschwänzchen. Die Jumpscare ist klar. Weiß Gott, danke schön für 43 Monate. Selber so ein Buch machen. Ein Hochstand. Ne, das ist meiner, denn das war das Erste, was ich wirklich mal gebaut hab. Die Diskussion hatten sie doch letztens, Isi und Georg. Ob das Hochstand oder Jägerstand heißt. Oder ob es das Wort Jägerstand überhaupt gibt. Im Osten heißt das Jägerstand. Ich kenn auch nur Hochstand. So, jetzt geht man wieder zurück. Genau. Genau. Man muss ein, zwei Wege doppelt laufen. Ja. Ja, alles gut. Dafür sind halt die Bereiche in sich abgeschlossen. Und jetzt wieder hier zurück. Ähm, gerade zu. Jetzt Rundgang 2 bitte laufen. 7.45 Uhr. Into the Jungle. Wollen wir hier auch schreiben? Ne, leider nicht. So. Wie sie extra auf die Zeit achten. Welcome to the Jungle. Das ist nicht der krasseste Bereich, finde ich. Wer hat den jetzt gemacht? Mavis frei ich. Das ist der grünste Bereich. Ja. Hier geht den Weg lang. Ja, weil ich nicht alles vollpflanzen wollte. Also ich habe so vieles in den Weg gebraucht. Ah. Wo geht der hin? Zum Baum des Lebens. Da kommt halt wirklich was am Ende des Weges. Geil. Das ist der Baum des Lebens. Voll gut. Das ist aber hier wirklich noch was kommt am Ende des Weges. Ich dachte so, ja, okay, vielleicht führt er irgendwo im Kreis rum. Aber nee, da kommt ein Ziel. Nö, nö, nö. Voll gut, aber diese Neulich-Pflanzen. Die kenne ich nicht. Die sind aber eigentlich ganz cool. Die sind echt cool. Also einzeln sehen die richtig schlecht aus, aber so, ähm, in so einer Umgebung zieht es ganz größer. Ja, du hast recht, Aquate. Mit dem Ostrand. Du hast einiges verpasst, Chris. Hm. Die blauen Blumen glaube ich auch. Na, die sind eigentlich, äh, so rosa. Die kann man aber entfärben. Ah. Blau gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Was ist das hier für ein Tempel? Da sind Nebel-Pader drin. Ich sehe aber keinen Nebel. Wie klein gehen wir, ne? Was Nebel, was sind da drin? Nebel-Pader. Was ist das denn? Die sehen so aus wie die, äh, Schnee-Leoparden so ein bisschen. Nur ein kleiner. Das ist ein kleiner, ja. Bei den Pechers sitzen die in den Bäumen direkt drin. Und sitzen alles in den Bäumen. Oder hinten drin, wo sie in dem Tempel schlafen können. Genau, das kann auch sein, ja. Ich meine, du könntest ja auch reingehen. Ich glaube, du müsstest so mal reingehen können. Mhm. Er will aber nicht reingehen. Doch, ich gucke ganz genau mir hier alles an. Das ist auch cooler, cooler Tunnel, ja. Da hast du aber eine Menge Pflanzen gesetzt, du. Wir haben ja zwischendurch geguckt, da waren es über 5000. Jetzt bin ich ja hier spannend. Der Baum des Todes, ne? Ich weiß schon, dass ich sehr enttäuscht wäre, wenn da jetzt nichts lauert. Wir haben auch Wege. Was? Ja. Wie, ich habe gedacht, hier komme ich irgendwo jetzt hier zum Baum des Wissens, oder? Ja, des Allwissenden. Das war nicht mal der Baum der Enttäuschung, ne? Ja. So, jetzt muss ich Rundgang weiterlaufen, ja? Nicht zum Ausblick. Da kommst du noch hin. Kommst du noch? Das ist halt, das hatten wir dir ja gesagt, dass du ein bisschen zwischendurch doppelt läufst. Ja, weil der ist ein bisschen verwinkelt, der Dschungel. Jetzt kommen meine Lieblingstiere. Der hat Mavis extra für mich da reingemacht. Ja, das stimmt. B ist keiner. Die sind so klein. Die sind wirklich klein. Da, jetzt kommen sie bestimmt zum Fressen. Aber die siehst du aber schlecht. Also, wo... Versuch mal da so ein bisschen... Aber wer... Aber die Besucher, wie sollen die die sehen? Hier ist ja alles verbaut. Das Fenster, da. Es ist nun mal ein Dschungel, ne? Da sieht man auch nicht so leicht die Tiere. Ich bin zum Fenster gegangen. Guck mal, da sind sie. Die sehen ganz schön finster aus, Tina. Ja, das ist Miss Finster. Das ist... Miss Krababbel. Krababbel. Ich hab sie über Crandle genannt. Auf die Idee bin ich, glaube ich, auch noch nie gekommen, das Unterwasser, die so als Boden zu nehmen. Unterwasser quasi. Voll gut. Wie viel sind denn hier drin? Zwei? Drei Stück. Die können auch nicht abhauen? Nö. Tipps und Tricks geht das alles. Hier zum Beispiel? Da können die hier nicht durch... Ne, das ist durch die Pflanze. Da können die nicht durch. Aber hier? Ne, die haben ja so ein Radius. Die haben ja so ein Radius, dass die da nicht mehr dann durch können. Und dann... Bis das für die... Im richtigen Leben würden die da durchgehen. Ja, ja, aber so. Mhm. Und jetzt rechts lang? Nein, links. Immer Rundgang folgen quasi. Okay. Da haut er gerade ab. Aber die kannte ich tatsächlich schon. Die sind auch voll schön. Naja, die haben halt einen Sack am Hals. Also... Stimmt, das waren ja die, die sich anhören wie verstopfter Gulli. Genau. Als Wasser abläuft. Komm. Mach's nochmal. Ja, Dinosaurier. Los. Ich will dieses Geräusch nochmal hören. Mach jetzt Geräusche! Sonst ziehe ich dir am Sack. Wenn ich jemand so anschreien würde, würde ich das auch nicht machen. Ich kann ja mal am Sack ziehen. Sie haben Augen... Ja. Vielleicht kommen die Demonstranten um die Ecke. Lassen Sie den Sack vorm Vogel in Ruhe. Weil der macht... Genau so. Der macht das Geräusch nicht. Der faucht. Der muss doch das Geräusch nochmal machen. Der macht's halt einfach nicht. Ah, ne. Ah. Uch. Warte, wo muss ich lagen? Ich Lass mal gucken. Hier. Rechts. Warte, so. Rechts. Ja, immer Hund gang folgen. Das ist hier was drin rechts? Ach ja da. Das sieht man doch. Ein Schweinchen. Schwein, schwein, schwein. Das auch noch nicht. Ja. 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 Schrei mir nicht so an. Ja. 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 Ja, ganz schön mit dem Tümpel hier in der Mitte. Das ist ja kein Tümpel. Mag変ä Idee, gas? Klar, für mich das hier in Tümpel, das hier dreiß. Ja, ohne Tümpel ist ja auf die Bügel. Er macht noch gucken allegiance. Ja, auch alle. Hier ist auch einer. Da ist auch einer dran. Ja. Ja. Hi. auch oder was stimmt die kenne ich ja ja der sieht ja aus krass was ist das was ist das für eine sorte sie so wie läuft das erst range voll gefährlich aus was wo kommen wir her da hängen tampons im baum das ist der leberwurstbaum guck mal nach links jetzt folgen wir erstmal wieder den wegen ja guck mal hier ja da kommt wieder nix am ende des tunnels ja ja hier geht es auch noch weiter voll verarscht es könnten aber auch salamis sein ja ist ja leberwurstbaum weil das so angeblich leberwurst eben also der baum heißt auch so in real life heißt er so muss ich denn jetzt lang hier lang da wärst du komplett verloren da kommst du wieder hin das ist nicht in ordnung das ist nicht in ordnung dass da nichts am ende der wegle zu laut sowie fernsie aus mit dem feuer da oben drauf da sind doch fackeln drin oder also diese Stand... Standfackeln. Voll fancy aus. Abgekürzt. Ja, ne, geh mal zurück. Ich verlaufe mich hier andauernd. Höh? 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 Da lang. Links. Nein, lauf links. Ihr habt gesagt, ich soll den Rundgang folgen. Na, du hast... Du musst erst den Königstigern, ne? Ach, stimmt. Da schmurrt was. Guck mal, der spielt hier gerade. Du hast da was, Kumpel. Da ist noch einer. Okay. Ich fühle mich gerade so entspannt mit dieser ganzen... ...Dschungelatmosphäre. Wo muss ich denn lang? Hier lang? Musik. Eigentlich auf den Wegen, aber ist okay. Du hast angefangen mit deinem Baum des Lebens. Ja. Man muss doch davon ausgehen, dass man hier auch mal den anderen Wegen folgt. Kannst ja mit den Tigern schwimmen gehen. Gucken, ob du überlebst. Klar. Bisschen gekuschelt. Hm. Das ist so geil was. Oh, ich liebe diese View. Könnte auch aus irgendeinem Spiel sein. Das musst du später mal... Das musst du mal von oben der später mal angucken. Könnte auch von irgendeinem Spiel sein. Erinnert mich so ein bisschen an Tom Rider. Na, oder an Charted. Ja. Ja. Wie ging es mir jetzt? Nein, das ist jetzt da lang. Also jetzt ein bisschen läufst du doppelt, aber das ist nicht schlimm. Nein, nein, weil... Und das ging nicht anders. Das ging nicht anders. Das fällt mir gar nicht auf. Ach doch, hier bei dir. Komm, komm, gib mir nochmal das Geräusch. Ich dachte, er hätte... Was war das denn? Was war das denn? Links da. Genau, jetzt links, weil jetzt... Da war es ja schon. Ach stimmt, wir kommen gleich zum Schandfleck. Wir sind fast am Ende. Ja, erstmal kommt ein Haus. Genau, da ein Haus kommt. Genau. Oh, die hatten doch auch so coole Namen. Da sind elf Schäler an der Wand. Da sind überall. Eigentlich haben alle Tiere Namen. Ja. Tigi, was das für eine... Die hast du aber auch nicht selber gebaut, die Kuppel, oder? Doch, die habe ich selber gebaut. Was? Das habe ich komplett selber gebaut. Du brauchst ja für die Kuppel schon drei Stunden. Nee, das ist eigentlich... Du hast nur eine Strebe. Kannst dir nachher mal angucken. Eine Strebe und die wird immer nur gedreht. Sein Blick. Sein Blick ist fast so genial. Musst dir den mal angucken. Das ist wirklich halt nur gedreht alles. Das geht sogar recht schnell. Ja, das stimmt. Du musst halt wirklich einmal diese Strebe richtig bauen. Ja. Was ist denn das für ein Ding? Ich habe Rackenparten. Sicherlich ist ja nur einen weißen Arsch. Aber was ist das da? Ein Flusspferd. Ein Torpedo. Perfekt verhoffen. Ich komme irgendwie alle aus derselben Region. hab ich das Gefühl. Die sehen irgendwie komisch aus, ich weiß nicht. Aus welchem Paket? Südostasien. Das ist Südamerika. Genau, das ist Südamerika, aber die Tiere sind Ost-Südostasien. Kenn ich auch noch nicht die Bank. Ja, du hast einiges verpasst. Darauf erstmal kacken gehen. So. Können die da noch raus? Ja. Nee, da ist zu, oder? Ja, die können da raus. Die schwimmen ja. Genau, die schwimmen da draußen rum. Das ist ein Mitarbeiterweg. Oha, was war das? Du bist ja drüber gesprungen. Voll gut. Das sind die 3000 Mitarbeiterwege, ne? Das ist der Kilometerrundgang-Mitarbeiterweg. Genau, links lang ist der ganz große Weg. Aber wenigstens hier die Dinger noch, äh, ich ne Ruin... Bin verpackt. Ja. Falls der doofe Chris darauf, auf die Idee kommt, hier doch einmal lang zu laufen. Ja, ja. Genau, genau so. So, wo war man jetzt? Ich laufe doch gerade falsch, oder? Nee, nee, geh mal. Geh auf da lang. Einfach durchs Gehege. Ist okay. Nicht anfassen. Die können spucken. Was? Können die wirklich spucken? Ach, Pyre spucken doch. Ach, ja, die... Nee, pinkeln, glaube ich. Pinkeln die nicht einen an? Ich weiß nicht. Oh Gott. Und zu Dortmund steht extra ein Warnschild. Dann darfst du nicht so nah dran gehen. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Welches Tier ist denn jetzt bei deinem Kuh? Gleich zusammengezuckt. Zum Warngeräusch. Tag, Olga. Na, gut, hier schlafen. So, hier lang. Jetzt ist ja diese Warnmeldung, oder? Das ist ja witzig mit den Pflanzen da oben drauf. Ah ja. Oha. Voll unter Wasser hier. Aber leider schwimmt hier keins. Wie immer. Das ist ein richtiger Vorführeffekt einfach. Wir hätten echt Tiere in den Zoo platzieren sollen. Guck mal, er balanciert oben auf dem Zaun. Das funktioniert sogar. Du hast doch kein Schild aufgestellt. Mir wisst, dass man da nicht hochklettern darf. Ja. So kann man ja auch nicht denken. Ne, also ich hätte jetzt auch mit vielen gedacht, wenn ich hätte da hochklettert. Warum ist denn hier kein... Torpedo? Ich schwimme nie weiter. Nur doch einfach vor. Ich komme hier nicht lang, oder was? Doch. Ein bisschen rumbarken, dann kommt man da lang. Hahahaha. 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 Voll schön hier unten. Sieht aus wie so'n Gewächshaus. Hahahaha. Sie ist top motiviert, ey. Schade. Hier bitte Nilpferd einfügen. Hahahaha. Und oben so fallen lassen. Platsch. Wie bei Sims, einfach nehmen und bam. Ja, stimmt. Das ist wieder, äh, Mitarbeitergang. Ja. Der Schandfleck. Ich mag die Pflanzen tatsächlich in der Farbe viel mehr. Hahahaha. Was unter Wasser an sich? Fischotter. Darf ich da hin, oder komme ich da sowieso noch hin? Ne, da muss ich jetzt hin. Wo waren denn die Fischer da sonst? Das ist ja eine nice Statue. Hier sind Schandfleck drin. Ah. Ich glaub, da war sogar grad einer. Oder? Da oben, ja. Tauch mal! Ich glaub, das ist Amy. Das sieht aus wie Amy. Amy. Die musst du nachher alle einzeln anklicken, die Tiere. Ich glaub, das kannst du jetzt nicht, weil der Zaun dazwischen ist. Aber es taucht nicht. Das Mistvieh. Hahahaha. 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 Doch jetzt. Ne, doch nicht. Dann eben nicht. Wir sehen uns oben. Hahahaha. Oh, was denn jetzt? Nein! Aber du bist direkt ja beim Schandfleck ausgezeichnet. Ja, genau. Gehst einfach von der anderen Seite rein. Hast du richtig geschickt gemacht? Jetzt kannst... Ne, geh mal links. Jetzt kannst du auch links den normalen Eingang benutzen. Nein. Aber ich wollte wieder... Nein. Scheiße, dann brauch ich jetzt wieder neuen. Ja, dann brauch ich aber jetzt hier einen neuen Mitarbeiter.